Du kannst so nicht weitermachen. Denk an unsere Tochter. Was ich dir noch sagen wollte. Du hast mich lieb. Hab dich lieb. Ich weiß immer schon, wie du warst. Mädchen, wenn du einen richtigen Mann brauchst, ich bin hier. Lass ihn doch. Komm, gehen wir nach Hause. Ja, meine Götte! Hör ich mich! Baby, also ich blende da sie mich an. Nein, 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 nein! Du und ich, und auch sonst keiner, kann so hart zuschlagen wie das Leben. Das Sorgerecht für das Kind bleibt so lange beim Jugendamt, bis der Vater dem Gericht glaubhaft machen kann, dass er der Verantwortung gewachsen ist. Aber... Daddy, ich will da nicht gehen! Bitte, Daddy! Komm, Sie! Ich will bei dir bleiben! Ich will bei dir sein! Daddy! Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht, wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht! Du bist besser! Ich wusste von früh auf, ich bin nicht wie die meisten. Denn wenn man wirklich bereit ist zu arbeiten, kann man alles haben. Ich verabscheue Menschen, die ihre Talente sinnlos vergeuden. Das ist widerwärtig. Das ist noch schlimmer als widerwärtig. Das ist unpatriotisch. Ein Macher oder ein Schwacher. Seien sie kein Schwacher. Seien sie ein Macher. Na kommen sie schon, was sind sie? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn du was willst, dann mach es. Basta! Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Morgen wird nämlich ihr erster Tag sein. Falls sie bei uns als Makler anfangen möchten. Möchten sie dein Chris? Ja, Sir. Gut. 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 Gut.